Ich fühle mich sehr gut, denn ich hatte wirklich nicht erwartet, dass ich von Anfang an jedes Spiel machen werde. Deswegen hoffe ich, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ich spiele bei Werder Bremen. Deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass ich spielen darf. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, mir macht es nichts aus, außen zu spielen. Aber jetzt darf ich in der Mitte ran, worüber ich froh bin. Wir versuchen von Spiel zu Spiel zu schauen und einfach immer unsere beste Leistung abzuliefern. Natürlich tun die vier Spiele zu Null gut. Und vielleicht geht es ja auch so weiter.